Das Modellprojekt der Stadtwerke Jena-Gruppe Smartes Quartier in der Lobe da soll die Lebensqualität der Menschen in Jena und der Region verbessern und durch Vernetzung neue Formen des Zusammenlebens etablieren und natürlich auch den Alltag der Mieter in vielen Situationen erleichtern. Wir sind hier in der Ziegelsaarstraße in Lobe da Ost, direkt gegenüber vom Klinikum in einem Quartier, in dem sich 300 Wohnungen befinden. Wir sanieren diese Wohnungen vollumfassend, statten sie mit smarten Technologien aus und wollen dann entsprechend über die Plattform, die wir zum Einsatz bringen, auch noch Dienstleistungen in den Wohnungen anbieten. Die Arbeiten sind schon in vollem Gange. Aktuell sind wir im ersten Bauabschnitt unterwegs, auch an der Fassade wird bereits gearbeitet. Da wir aber nur stückweise leerziehen, werden wir also hier noch ungefähr drei Jahre baulich tätig sein, bis die letzte Wohnung saniert ist und die Fassade dann in neuem Glanz erstrahlt. Die Schwerpunktthemen im smarten Quartier sind die Service Apartments, das Thema Gesundheit mit einem integrierten Telemedizinrahmen, die Logistikleistungen vom Paket bis zur Essenslieferung, intelligente Mobilitätslösungen in der Verbindung mit ÖPNV und Individualverkehr und natürlich Wohnungssteuerung inklusive Heizungssteuerung, um die Themen der Energiewende voranzutreiben. Das Ganze wird eingerahmt von einer Plattform, auf der die Mieter sehr einfach die Serviceleistungen über ihr privates Endgerät nutzen und verwalten können. Wir befinden uns hier in Lobedell in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum mit diesem Projekt und wir hatten von Anfang an auch Gesundheitsdienstleistungen vor Augen, die wir hier im Quartier entwickeln wollten, beispielsweise einen Telemedizinraum. Da war es sehr naheliegend, das Universitätsklinikum als Partner hier im Projekt zu gewinnen und das ist uns auch gelungen. Weitere Informationen zum smarten Quartier Jena-Lobeda finden Sie unter www.stadtwerke-jena-gruppe.de Ab 2021 können Sie einen virtuellen Rundgang in diesen Wohnungen machen. Das finden Sie unter www.smartes-quartier.de www.smartes-quartier.de